Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn wir fahren und nach dem Türen gehen. Weißt du morgen was? Dein Vater war ja nicht im kleinen Vollstätesmarkt. Heißt du Hexenko da? Und deswegen kam auch bei der Nachwuchshalterin. Anstatt deines Vaters. Luluk. Weißt du? Sechs Türen schreiben. Alles gut, beziehungsweise. Luluk. 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 Vielen Dank.